hoch jo meine freunde willkommen zu einem neuen video zu firestation skywars auf gomma d.net so ja die letzte runde kam sehr gut an deswegen habe ich mich jetzt entschieden eine zweite runde zu machen wir haben eine leere truhe das ist auch wieder sehr blöd ja hier ist noch eine truhe sehr schön sehr geil das ist ja echt geiler stuff bei der ist hier eine workbench komm schon sei irgendwo da meine sehr schön sehr nice jetzt machen wir uns mal ein diashwert kommen wir bringen mal unserem teammate auch eins mit so ok können wir jetzt wieder runter laufen oder wir nehmen einfach die stange auch kommt dem schenken wir das diashwert bleibt stehen aber gefährlich alles gleich am kill gemacht sehr geil mein ernster kill in skywars heute cool vielleicht finden wir noch irgendwelche erfahrungsfläschchen damit wir uns hier ein schönes schwert verzaubern können also die genau die truhe war leer von oben kommt jetzt einer oben baum spannung steigt springt er oder springt er nicht da oben ist er jetzt versuchen jetzt mal da rein zu rennen er hat es gesehen dass wir da rein rennen wollten mal gucken ob wir den jetzt retten können das wäre sehr geil wir schleichen uns einfach ganz sanft an wo ist er ich sehe ihn nicht da war er zumindest eben jetzt einfach nein wir gehen jetzt einfach mal nach unten vielleicht kommt er ja jetzt gleich unter oh gott nein dieser moment wenn man wieder zu wenig stuff dabei hat also ich könnte das vielleicht abbauen und dann rüber springen es wird zwar schief gehen aber man kann es ja versuchen Freunde da war ein scheiß Busch im weg ja das war dann Fail jo willkommen zu einer weiteren folge von diesem schönen game skywars auf gomma.net auf der schönen map firestation so wir haben hier endlich mal steine zwar nicht so viele aber wir haben immerhin noch ein bisschen glas um dann gleich was schönes anrichten zu können hat das hier noch was auch sehr schön hier sind ja auch noch sachen drin alles meins huch das war aber gefährlich eine minüt 37 sekunden später ok also den könnte man locker easy racken das versuchen wir dann jetzt auch mal wo ist er ok cool das haben wir schon mal gut hinbekommen so da ist der nächste ich habe meine maus ein bisschen doof eingestellt ich habe dem auch ein bisschen was gegeben ah fuck ja traurig aber war mein teammate hat ihn doch zerstört hurra ja damit verabschiede ich mich auf jeden Fall und würde mich über eine Bewertung freuen dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder machts gut ciao ciao